Moin Camino Freunde, in diesem Video Ein Scheiss Tag heute Sehr gut mit Nur Kühe und Kirchen Schnäppchen das Häuschen hier Sau gefährlich hier Jetzt ist der Windbuschel weg zum zweiten Mal Zum Kotzen Hallo everyone Du Olympias? Spaghetti Carbonara a la Jaime A la Jaime Zum Kotzen Jetzt gehts los Wollens dir als Nachbarn hier Aus Luarca Hier nochmal der letzte in der Herberge Naja Oder Herbergen In Luarca Heute gehts bis nach Navia vielleicht Oder ein Stück vorher Da unten ist eben Übrigens, man erkennt das auch schon eine Farbe Der Rio Negro Kleinen Umweg gemacht So Camino Freunde Nochmal guten Morgen hier So siehts mal aus hier In Luarca Lässt sichs wandern, oder? Ein Schnäppchen das Häuschen hier Oder das hier Die Dachbegrünung Könnt ich ja auch mal langsam mal wieder ein bisschen mit dem Zug oder mit dem Bus fahren Ja Hier ist nämlich die alte Bahnstrecke Von Alcoronia Nach Gijon Video wird ein bisschen langweilig heute Passiert nichts Ja Nur Kühe Ja Immerhin Sonne Hangover Ja Bin ein bisschen matschig in der Birne Müde Fällt nicht ein Nicht lustig Hier ist dann noch bis um zwei in der Küche gesessen Und die Weinreste der anderen Pilger vernichtet Mit einer Holzfehler angepflanzt Oder was soll das werden? Weil hier ist ja Hopfen Hier ist ja Hopfen und Malz verloren Passiert nichts Nur Kühe in Kirchen Wackers Egläsiers Zu Hause machen ey Und fix und fertig Dann gings ein bisschen nach oben Frei in der Küche sitzen Und Wein saufen Und dann am anderen Tag Durch die Sonne kraxeln Ist nicht die richtige Vorbereitung Und jetzt schon wieder Follow the light Ja Was soll das sein? Was für ein Light? Jetzt bin ich fast auf die Fresse geflogen Auf den Stein getreten Einen Zitronenbaum Komm ich wieder nie ran Ich wurde genommen Ja das war ja mal nichts mit der Zitrone Mit der Zitrone pflücken Dann kam da so ein freundlicher Schäferhund Am Zaun Und hat gesagt Ne ne das gibt es nicht Und ihr amüsiert euch Dann sorgtet mal euren Gesicht Kilometer mehr hier Da steht es Und bewegt sie nicht Da gibt es wieder zu bemängeln Ein Café hier Auf 10 Kilometern Könnt ihr langsam mal ein Kaffeepäuschen machen Aber nichts gibt es hier Was ich eigentlich sagen wollte Hm Punkt ja Gibt auch schon wieder Stress Ja wird wieder bemängelt Dass ich nicht rangegangen bin An Video Yamada Ja ich habe es nicht gehört Ich habe mein Handy leise Dann habe ich es ja später gesehen Ja da wird gleich rumgemurrt immer Ich bin derjenige der hier meckert Und nicht hier jemand anders Hier Mekka Mekka Heini Berliner Berliner Alter Grieskram Ja Hier Autobahn Kannst du schön Immer geradeaus fahren Wenn du ein Auto hast Hier sieht aus als ob es an den Strand geht Geht es aber nicht Casa Lenya Habitationes Lenya ist Holz Also nicht Madeira Sondern Holz zum Heizen Schissener Weg hier Moin Der Weg ist beschissen da oben Ich lobe mal hier lang Ja Sau gefährlich hier Überhaupt kein Bürgersteig No acero Acero Das heißt acera Wo sind die Pfeile Ah da ist einer Da ist einer Schlingelt da sich der Rio Barraio Windpuschel verloren Ich bin bedient Jetzt ist der Windpuschel weg Zum zweiten Mal Diesmal finde ich ihn nicht mehr wieder Gibt es jetzt nur noch Videos mit Wind Zum Kotzen Ja Muss ich halt meine Schnauze halten Und Musik drüber machen Geber hier mit ihren großen Eiern Kann man eigentlich sein Jetzt fummel ich hier an meiner Tasche rum Ja Hier ganz in der Ecke Da ist es Glücklich Ich hab ihn wiedergefunden Den kleinen Puschi Leute der Pfarrer Das Charity Ja Cycling a thousand miles What's your names? My name is Cain You can translate in German please Hello everyone Hello everyone My name is Tony We support children in sport And adults of all abilities In their sports as well Most people speak English I don't know If it's better in English Or in Austrian German 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 Ich kann leider kein Foto machen Weil ich kein Fan ausmacht Es wird gleich dunkel Lenkrad auf der falschen Seite eingebaut Zwei in der Küche Die Weinreste ausdrinkt Und die gibt aber noch gern ab Wenn es er selber nicht mehr schafft Und die gibt aber noch gern ab Wenn es er selber nicht mehr schafft Du Olympias oder Du Ja okay Ein scheiß Tag heute Ich sag's dir Ich komm mal aus der Schule Ich komm mal aus der Schule Einmal um die Achse gedreht, kannst du den Zahnbürsten infizieren, dann wird das Mikrowell nicht eignet. Heimer bereitet schon vor. Da gibt es noch einen kleinen Hof hier. Sitzecke, alle da. Hier die Sprüche des Tages. Back to the boot. Chefkoch Heimer am Start. Die Fernsehsendung von Olle Biolek hier, immer schön Weinchen beim Kochen. Mh, mir wird nichts dem Zufall überlassen. Spaghetti Carbonara à la Heimer. Ich kann mich nur freuen, das ist wirklich das erste Mal, dass ich in einer Waschmaschine hier wasche. Der Haushalt ist gemacht, jetzt muss ich nochmal die Kirche aufnehmen. Für ein großes Haus hat es nicht mehr erreicht. Das ist die Herberge von Pineda. Ich habe keinen Windbuschel dabei. Ja, es windet, ich müsste mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Yoga, das Stretching, bevor zu weinen, das ist genauso gesund. Na, das Öl, da muss ich mal schlafen nehmen. Oh, das ist Notches Nachbarn. 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 Das ist Notches Nachbarn.